Was geht ab meine lieben Achis, Achilles, Sabub, Sabubi, Shabab, Shababinen und alle anderen die jetzt hier auf diesen übertrieben, freshen und knackigen Kanal fiert haben und inshallah erstmal like und auch abonnieren werden, bevor sich dieses Video gönnt Freunde was geht ab, ich reagiere heute auf die neue Hörprobe von Shirin David die hat sie nämlich auf ihrem Instagram Profil hochgeladen vor ich glaube ein bis zwei Tagen Freunde, lasst mich nicht lügen auf jeden Fall und ich muss sagen, ich habe sehr sehr viele Nachrichten auf Instagram bekommen dass ich drauf reagieren soll, beziehungsweise dass wir gemeinsam mit Emlet drauf reagieren soll er hat jetzt leider keine Zeit, dementsprechend mache ich das Ganze hier alleine Freunde und den, den es vielleicht interessiert, wir werden gleich live auf das Deutschland-England-Spiel reagieren Freunde, live auf Twitch, wenn ihr möchtet, schaltet gerne ein, die Links sind in der Beschreibung und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt auch gerne auf Instagram folgen, die Links sind ebenfalls in der Beschreibung Freunde und ich muss sagen, ich habe die neue Hörprobe, beziehungsweise ich habe schon sehr sehr viele TikTok Clips auf meiner For You Page gesehen in den letzten Stunden von Shirin David mit diesem Song das Ding geht auf jeden Fall viral Freunde und ich glaube das wird ein Hit hat sich auf jeden Fall sehr sehr gut angehört in den TikToks und ich bin auf jeden Fall gespannt, das Ganze habe ich mir noch nicht angehört und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und gucken uns das mal an, let's go so, wir sind jetzt hier auf dem Instagram-Account von Shirin David, wie ihr sehen könnt und das Ding hat schon eine Million Aufrufe, okay so, 5000 Kommentare, wie wir hier sehen können und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter rum und wir gehen rein, let's go Okay, nice, kommt sehr sehr unerwartet rein und was sagt sie als erstes? Kein Rücken trotz diverser Erfolge und jeder meiner Freunde hat sie das so gesagt wir hören uns das Ganze nochmal an, okay weil das kommt mir sehr sehr bekannt vor aber ich kann jetzt gerade nicht zuordnen von wem wir gucken nochmal Kein Rücken trotz diverser Erfolge denn jede meiner Freunde von wem ist das? wir geben es ganz kurz in Google ein, okay ich will es ganz kurz in Google eingeben weil da gab es doch mal sowas, oder? eine Sekunde jeder meiner Freunde jeden deiner Freunde so okay, krass tatsächlich, ach krass ist das vielleicht ein Diss an Bushido, kann das sein? da ist ja momentan so eine Stichelei, oder? veröffentlicht 2014 Album Sonny Black und er sagt hier du machst Welle vor den Kippschieden und Harten für die Leute jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde okay, krass und Shirin David sagt hier wir hören uns das Ganze nochmal an kein Rücken trotz diverser Erfolge denn jede meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde meine Ziegen sind weiß okay, das kann wirklich sein das ist eine Anlehnung an Bushido ist beziehungsweise ein Diss an Bushido ne? so, okay wir hören auf jeden Fall weiter bis hierhin hört sich sehr sehr krass an und der Beat ist heftig so, wir hören uns mal weiter der Booty is nice eine Bitch so streit lieben wir treffe ihn um eins keine Ahnung wie er heißt aber mh, er ist reich lieben wir sie ist immer noch mad ihre Stories sind back boah, wie ich gerade schon gesagt habe der Beat ist krass der Beat ist geisteskrank der bleibt so im Ohr ne? ohne Witz der geht direkt ins Ohr bis ins Gehirn sehr sehr geiler Beat auf jeden Fall und ich muss sagen das Video ist auf jeden Fall wild so zwischen Teddybären und so weiter ist mal was anderes ich bin gespannt ob das ganze Video das wird wahrscheinlich anders sein ne? ich denke mal die wird hier für den Trailer ein bisschen so in Teddybären sich eingelegt haben und Teddybären sich eingelegt haben so ist es deutsch auch richtig und dafür dann den Trailer gemacht haben ok, bis hierhin auf jeden Fall sehr sehr nice gefällt mir gut und das wird safe ein Ohrwurm glaube ich so, wir machen weiter so, das ist einfach der Style von Shirin David naja, so was haben wir anderes erwartet wisst ihr was ich meine übertrieben selbstbewusst sie macht einfach ihr eigenes Ding sie zieht ihr Ding einfach durch sehr sehr stark auf jeden Fall gefällt mir gut wirklich so ich bin böse nicht böse Hexe keine böse Fee böse für die Besten ja, ich rede ich denke mal wirklich das wird vielen vielen gefallen so ok, das war es ja auch schon hat auf jeden Fall Spaß gemacht darauf zu reagieren sehr sehr nice und ich muss sagen ich bin gespannt wie der ganze Song wird aber ich denke mal das wird kein Flop ich denke mal wirklich das wird ein Hit und hier steht auch Drop Donnerstag um 23.59 Freunde ich werde safe darauf reagieren dann auch gemeinsam mit Emler er wird dann 100%ig am Start sein schaltet gerne ein ich denke mal Freitag Mittag oder Freitag gegen Nachmittag wird die Reaction spätestens online sein auf diesem Kanal und ich bin gespannt ich freue mich auf den Song hat sich jetzt schon sehr sehr geil angehört Freunde wie gesagt sind wir gleich live auf Twitch und werden auf das Deutschland England Deutschland England Spiel reagieren wenn ihr möchtet schaltet gerne ein würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen und wenn ihr möchtet dass wir öfters auf Hörproben von Rappern reagieren dann schreibt uns das gerne auf Instagram falls sie mal was releasen auf ihren Kanälen und dann werden wir das auf jeden Fall machen Freunde wenn es euch hier gefallen hat lasst gerne ein Like lasst gerne ein Abo da würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen und ich würde sagen sehen uns im nächsten Video wieder haut rein ciao